So Leute, was geht der Tech-Chugger? Der ist wieder mal da und spielt wieder mal für euch eine Runde Rocket League. Ja, richtig, ja, eine Runde Rocket League. Was denn sonst, Leute? Oh, und jetzt habe ich eins kassiert. Finde ich echt schön. Wieder mal eins zu kassieren. Fünf Sekunden gespielt und dann, ja. Ja gut. Der Ball ist wieder bei mir, warum auch immer? Schnell. Nein! So, okay, was macht der? Der macht was ganz Schönes hier. Und ich? Ah, rüberwärtsgang. Nitro! Zieh! Zieh! Ein Profi. Ein Profi einfach. Das 2 zu 0. Nicht für mich. Nein. Diesmal nicht. Was macht der? Ich wollte gerade echt sagen, das 1 zu 0. Nein, das ist das 1 zu 1. Oh, jetzt sage ich 1 zu 1. 1 zu 2, Leute. 1 zu 2 steht jetzt gerade nicht für mich, sondern für den Gegner. Aber vielleicht macht er ja auch eins gleich. Nein! Nach vorne mit dem Ball und schnell Nitro holen. Zack! Nach vorne. Nochmal Nitro holen. Zurück. Und jetzt wieder drehen. Nach vorne. Hoffen, dass ich den Ball bekomme. Genauso. Und jetzt noch ein Tor machen und dann passt es. Ah, zack! Da ist der Ausgleich, Leute. Gut. 2 zu 2. Läuft. Ach. Endlich mal wieder den Ausgleich. So. Diesmal nicht zu meiner Seite, bitte. Wenn es zu mir kommt. Also, der soll nicht kommen. Nein. Oh, ich habe ihn. Nach vorne. Kurzes Nitro. Okay, der klaut mir das Nitro. Das Nitro. Genau, das Nitro klaut er mir, Leute. Der ist Nitro. Oh ja. Oh ja. Komm, komm. Das 3 zu 2. Ja. Oh, richtig schön. Diese Stöhngeräusche von mir. Ja, Mann. Dieses schönen Stöhngeräusche. Ja. Ja, ich habe den Ball. Nein. So, zurück. Leikamera. Ah ja. Befragungsschlag. Holen wir erstmal wieder. Kein Nitro. Und gerettet aus dem Tor. Komm. Nein. Oh ja. Der ging nicht rein. Der ging echt nicht rein. Nee, er hat diese Stöhngeräusche von mir. Oh. Ich kriege ihn. Oh ja. Nur am Stöhnen der Togel fragt ihr euch jetzt. Nein, nicht nur am Stöhnen, sondern auch am Zocken hier. Ja. Ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn reingemacht. Ich loch ihn jetzt ein. Nein, wir sind nicht hier beim Golf nur so. Nein. Oh, da habe ich ihn erwischt. So, mit Nitro. Ja. Komm, geh rein. Ja. Oh. Richtig schön reingelocht. Reingelocht. Perfekt geparkt. Einfach ins Tor. Einfach ins Tor. Einfach ins Loch. Hehe. Einfach ins Loch rein. Rein. Und wieder raus. Nein, raus geht der Ball nicht. Oh Gott, der kommt wieder nur in die Mitte. In die Mitte. Oh, Glanzparade von mir. Und nach vorne bitte. Ah, ja. Ja, komm. Ja. Nein. Und wieder zurück. Ja, komm. Und wieder zurück. Oh. Da habe ich ein wussvolles Nitro. Gibt es gar nicht hier, ja. Und ich habe ihn verfehlt. Jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es kritisch. Oder auch nicht, wenn man so einen Gegner hat. Oder. Auf jeden Fall. Nein. Oh. Oh ja. Der ist nicht drin. Oh ja. Der ist nicht drin. Oh ja. Komm. Ich mache ihn rein. Lass ihn. Komm. Spielen wir jetzt. Komm. Wir spielen jetzt eine Runde. Komm. Ja. Ah. Ach komm. Oh. Und jetzt wieder zurück. Nein. Nein. Ah ja. Oh komm. Ich mache ihn jetzt rein. Ich loch ihn. Ich loch ihn. Ah. Oh. Digga. Ich habe die vernascht hier. Da siehst du, wie ich die vernascht habe. Oh ja. Oh. Oh. Ich gehe zurück. Ja. Und ich drifte mal. Ich ein bisschen. Ja. So machen wir es hier. Ja. Und. Oh ja. Oh ja. Der geht sogar noch rein. Oh. Er hat ihn abgewehrt. Oh. Er hat ihn abgewehrt. Oh. Oh ja. Da war der Höhepunkt. Da war die Explosion. Der Höhepunkt ist gekommen. Er wurde erreicht. Er wurde erreicht. Oh ja. Er steht noch 3 zu 3. Nein. Nein. Alter. Jetzt werde ich hingeschmissen wie eine. Keine Ahnung. Wie ein Strich. Ja. Ich gehe in den Straßenstrich. Genauso wie eine billige Nutte. Ich werde weggeschmissen so wie eine billige Nutte und arbeite jetzt für den Straßenstrich. Gut, gell. Nur am Stöhnen hier. Komm. Vielleicht schaffe ich es. Nein. 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 Nee, Leute. Echt nicht. Oh. Ich habe verloren. Geil. Geil. Ich habe verloren, Mann. Ja, Mann. Nee. Spaß beiseite, Leute. Ehrlich. Spaß beiseite. So, Leute. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und haut noch rein. Dann habt noch einen schönen Tag und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch auch noch gefallen hat. Und ja, stöhnt nicht so viel und ja, haut rein. Ciao, euer Tech Checker.